wunderschönen guten tag das secret level in full sandura das letzte des ganzen spiels befindet sich hier in level 16 und ich bin gespannt ob man darin mal wieder nicht speichern können wird wahrscheinlich secret teleporter found proceed to secret level und can't restore can't save oder can't service gelernt british english toll immerhin ich sehe die ganze karte und die ist gar nicht mal so groß ich sehe keinen reaktor aber der wird wohl einfach nur noch nicht so ganz markiert sein drei gefangene und dann sind wir mal gespannt was das hier ist vielleicht gibt es ja keine gegner das gab es ja schon mal es war schön sehr schön war das da ist auf jeden fall was aber eventuell nur ein gegner der da später rauskommt ist ja doof geht einfach nicht auf vielleicht später mit einem schalter ich mag das ja gar nicht wenn man nicht speichern kann und da versucht man das und kein flash hier der einen anleitet wo es hinzugehen hat aber dafür hat man ja die full map die full map geht ja noch von dem normalen level hier rein so war das sonst wäre das hier nämlich auch nicht aufgedeckt da kann ich mich freuen ist ja gerade das licht angegangen das auch nicht mal flackert fast das ganze addon war gestückt mit flackerndem licht was immer sehr genervt hat oder sehr dunklen ebenen aber hier jetzt endlich mal nach 16 der wind haben das gebacken bekommen ordentliche beleuchtung zu installieren warum ja gut ich habe so meine vermutung dass hier nur so kleine typen sind wie viel hat er mir jetzt abgezogen ordentlich habe ich drauf geguckt aber ordentlich da komme ich noch nicht weiter genau genommen komme ich überhaupt nur nicht sehr weit es ist ein energy center heißt es das also entweder geradeaus oder rechts ich tendiere zu rechts weil das da wohl ein energy center zu geben scheint ja und jetzt erst wird das markiert vorher war es blau jetzt ist es gelb also das ist der unterschied trotz full map tatsächlich tatsächlich mit d mit zwei ds tatsächlich ich habe angst bin ja sehr langsam unterwegs und man kann ja auch wieder raus dann könnte man speichern draußen aber kann man dann auch hier raus ich glaube man kann am anfang dann wieder rein das war das problem immer gewesen das war dann doch nicht so geil und ich habe es noch nicht so viel geschafft dass ich sagen würde das muss man speichern deswegen lass es erst mal dabei bleiben und gehe weiter im text bis hier nichts mehr blau umrandet ist nur die blauen wände die eigentlich mehr so ins lilan abdriften oder kann man das auch babyblau nennen ich bin jetzt nicht so der große farbkünstler was bist du war das neuer gegner so eine komische selbstmorddrohne danach sah es zumindest aus schön auffüllung und ein schalter interessant weiter geht sie auch nicht das ist nämlich die hoffnung auch für mich wenn es schon keine möglichkeit zu speichern gibt keine normale dann wird die gegner fülle auch nicht so verdichtet sein den schmalen walls open es werden irgendwelche walls hier hinten sein aha hier der wo ist auf gegangen der auch ne der war schon auf der wall hier ist auf da kann man jetzt also weitermachen du bist tot der oben ist verunsichert aber jetzt auch tot und der bruder hat gar nicht realisiert was passiert und ist jetzt auch tot gut so ist das okay wo habe ich viel energy ja da kann man sich schon mal ein bisschen wieder regenerieren dann passt das doch bis hier hin zumindest ja ich bin immer sehr sehr eigentlich bin ich optimistisch so im normalen leben in spielen ist es vielleicht ein bisschen anders da rechne ich immer mit dem schlimmsten in manchen spielen zumindest bin ich froh dass ich noch so viel gauß ab ist 40.000 nicht das maximum was man tragen kann an gauß munition da bin ich ja voll nah am maximum vielleicht gibt es ja auch noch ein bisschen aufrüstung dafür das würde mir doch gefallen auf jeden fall haben sie hier noch mal ein bisschen was verändert also was man nicht so kennt unbedingt vom aufbau des levels ist doch auch schön tatsache das hat wirklich ein schalter symbolisiert ich will immer speichern aber ich kann mich noch zügeln vor allem brauche ich gehalten sich habe so viele verschwendet in den letzten videos die muss ich ganz groß nachrüsten und weiter geht es ja auch wieder nicht das sind alles so kurze gänge bis zu einem schalter und dann ist vorbei aber ist ja okay es macht ja schon ganz spaß auch wenn es quasi linear ist da kann man sich auch nicht so großartig verirren das ist jetzt aufgegangen und ich kann wieder ein bisschen schild aufrüsten mit mord sind hundert als mehr schild es ist sowieso ein betrugs spiel hier dieser konverter es gibt viel weniger schild als man energy reinsteckt aber man nimmt es in kauf oh noch mehr walls opened eine schlechte idee in diesem zeitpunkt sich am kopf zu kratzen aber es kam ja nichts raus geschossen unverwundbarkeit interessant und wieso habe ich bei dem energy center nicht den raum da oben dran durchsucht hier geht es erstmal nicht weiter später sicherlich moment da kann ich eigentlich schon hin oder war ich schon aber wie das jetzt verwirrend verwirrend ich gucke mal kurz da hier ist nur die unverwundbarkeit und weiter geht es auch noch aber ich glaube ich kann dann nicht vorbeistehen ohne sie einzusammeln deswegen gucke ich mal kurz ich mir da ganz viel zeit beim energy center ach so das symbolisiert nur das oder schätze schon muss ich da jetzt wirklich raus und was ist hier noch blau da ist ja noch irgendwas bläulich warum komisch direkt links neben dran was ist denn hier noch muss mich das interessieren nö lassen wir so und jetzt hier weiter konnte man auch nicht so wirklich na gut irgendwie bringt das nicht ich muss die unverwundbarkeit nehmen und durch waschen mal gucken wie weit ich komme oder ich hatte ich noch einen schalter oder hatte ich nicht noch einen schalter aktiviert wo kann ich jetzt noch weiter ich habe mich schon wieder voll verflogen was war denn hier eigentlich noch die unverwundbarkeit die war hier dann nehme ich die am besten jetzt einfach immer den nächstbesten weg ich will speichern es wird wohl ein fehler sein das nicht zu tun aber nach unten geht es auf jeden fall noch nein nee es geht nicht nach unten im moment noch nicht später wahrscheinlich erst was haben wir hier schön dass die zeit anhält wenn man auf der karte ist dann geht es hier noch irgendwie hier ja noch mehr zeit verschwenden sehr gut es geht hier nicht mehr irgendwas hat mich auch getroffen wieso ist meine gauss aus weg gewählt moment 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 jetzt jetzt da ist sie wieder ja ich habe die ja gut genutzt die unverwundbarkeit das muss man schon sagen habe ich die gelegt das habe ich in der bombenlegel gerade toll habe ich mich schön selbst erwischt ist mir jetzt gerade aber egal einfach weiter hier ist gar nichts ist mir nicht mal was drin ist ja geil was habe ich mit dem schalter jetzt angefangen da sind noch mehr schalter die ich nicht treffe doch aber die bringen nichts mehr na gut send not dann nicht was ist das eigentlich für eine brühe hier sind wir wieder in irgendeiner kanalisation irgendwas hat wieder geflackert wer schießt hier auf mich aus einem anderen raum gegen die wand oh die vielleicht hey wo seid ihr ich will euch sehen hallo ey der ist nicht da der existiert gar nicht meine schildenergie gleich auch nicht mehr die kam nämlich hier raus da wo man am anfang schon gesehen hat dass es da rein geht aber das kam ja noch später das sind diese spawner ersatz räume da waren offenbar auch noch welche ja ich stelle mich nicht gut an dafür dass so wenig gegner eigentlich da sind so jetzt bin ich hier das ist schon mal ein fortschritt oder hier war ich doch eigentlich schon mal nur dass da jetzt der raum durchgängig ist und jetzt gibt es hier noch einen schalter ich bin ein bisschen verwirrt von diesem level obwohl es eigentlich ich meinte vorhin noch was von linear naja man sieht es ja you cannot open this door aber das muss man ja nicht gleich aufgeben man muss ja einfach nur den schalter da erwischen gibt es doch nicht ich habe ihn fast das ist unfair da ist aber ein gegner muss nur an den schalter kommen habe ich ihn eigentlich mal erwischt ich glaube ich habe ihn sogar aber es hat jetzt erstmal gar nichts gebracht schade zumindest nicht in unmittelbarer nähe aber irgendwo anders bestimmt vielleicht sollte ich mal ein bisschen energy tanken nebenbei gucken wir mal wie das auch anfinden ist energy center das war das war das war das war ich habe keine ahnung mehr so in die richtung was kam da gerade raus wo kommst du denn hin wieso gibst du kein schild oder so noch mehr woher kommen sie was sind sie denn was wollen sie haltet nicht so viel aus gefällt mir nicht weniger gegner bitte viel weniger aber bisher macht es ja durchaus spaß ist ja auch das letzte secret level das muss man ein bisschen genießen das allerletzte soll schon ich glaube ich spiele es einfach durch und wenn es zu lang ist dann schneide ich hinterher aber so ein halbes stündchen am stück wenn es nur so lange dauern sollte kann man schon lassen walls opened hier sind alle möglichen monitore irgendwelche schalter wo kommt ihr denn alle her viel zu viele hier ich dachte hier gibt es nicht so viele gegner es gibt halt nur kleine deswegen fliege ich auch nur mit der gauss hier rum das hat es gebracht die tür ist aufgegangen aber die barriere ist noch vorhanden das zeug da drin will ich schon gerne haben das wäre schon ganz nett und was flackert jetzt wieder ich habe mir nicht einmal gespeichert mutig vom ende würde ich auf jeden fall nochmal speichern den habe ich erwischt was haben wir denn hier irgendwo kommen wir jetzt hin wo wir schon mal waren aha da wo ich den schalter schon bekommen hat kann er sein auf jeden fall gibt es hier schielt und die tür geht von dieser seite auch nicht auf da ist noch eine tür genau hier war ich mal glaube ich ich habe keine ahnung ist alles so verwirrend ist alles so neu für mich ich will das schiet haben nur und dann speichern von wegen wo ging es denn jetzt hier runter zu den gefangenen auf jeden fall gibt es hier noch eine möglichkeit ne hier nicht wenn ich hier durch käme dann ging es hier noch weiter aber da komme ich jetzt noch nicht hin bedauerlicherweise dann nehme ich doch den weg wo das schild gerade war das war hoffentlich hier da gibt es nämlich auch noch einen gefangenen und hoffentlich auch einen schalter schalter ist schon mal da door unlockt was ist denn jetzt was ist das was wo bin ich was hä was war das jetzt bin ich durch die wand geflogen ach so aha ja gut das weiß man natürlich und das ist ein leben das kann man einfach mitnehmen da muss man nicht nach noch mehr streben denn ich habe schon 59 viele leben habe ich nicht gelassen bisher ok ist das erst passiert seitdem ich den schalter gedrückt habe eigentlich keine ahnung soll ich jetzt kurz mal rausfliegen wenn das offen ist hier dann mache ich das doch und speicher mal warne returning to level 16 da kommt man aber wieder rein ich bin ja hier direkt moment eigentlich ist es äh das wievielte level ist es 6 oder 6 ich habe keine ahnung ich nenne es mal S6 und ich glaube der eine stand wieder nach falschen oder gab es nur 4 oder 3 es gab nicht viele das stimmt wohl oder ich weiß es nicht ich starte wieder hier am Anfang ja das war immer das Problem das ich sah und hier kommt man einfach noch nicht rein oder noch nichts raus dann ganz wichtig kurz mal aufladen denn 6 Energy fehlen mir ein unhaltbarer Zustand und dann können wir weitermachen wir haben ja schon fast alles durchgemacht jetzt müssen wir nur noch den hier ein paar Kleinigkeiten finden ja da wo ich gerade war muss es irgendwie weitergehen und irgendwie habe ich einen Gefangenen übersehen da wo ich gerade war also muss ich gerade nochmal hin das ging hier unten lang oder ich war da noch nicht wirklich auf der anderen Seite war ich doch nur genau hier war ich nämlich auch noch nicht da geht es dann weiter exakt so ist es so sieht es mal aus versteht er so holla was wollen sie eine Armlänge Abstand bitte tja hallo wer sind sie lange nicht mehr gesehen und Verwundbarkeit ist natürlich schön das sind ja jetzt alles optionale Sachen hier Gefangenen befreien das muss man ja nicht machen aber ist jetzt auch nicht die Schwierigkeit so und mit dieser Unverwundbarkeit jetzt da in diesem gefährlichen letzten Komplex fliegen und was ist eigentlich hier bei dem Ende des Blauen da muss ja auch noch irgendwas sein aber ich glaube es ist mir egal ich hole den Gefangenen da unten noch und dann ab durch die Mitte wo war jetzt der Durchgang hier schnell wo sind die Gegners oder warum gibt es hier dann Verwundbarkeit die gar nichts bringt dann es ging sogar auf oh da schießt schon ein Reaktor ich muss ja irgendwie noch einen Ausgang finden das ist das Dumme immerhin habe ich den Gefangenen jetzt es wäre voll dumm wenn ich jetzt sterben würde weil ich den Ausgang nicht finde es gibt bestimmt einen hier am Ende noch bitte den muss ich auf jeden Fall finden okay hier ist aber sonst auch nichts Spannendes offenbar da rechts ne Moment da war der Gefangene oder direkt über dem Reaktor gibt es da den Ausgang das wäre natürlich grandios aber das kann ich nicht sicher sagen da ist nochmal eine Unverwundbarkeit äh ja total unnütz ich gucke trotzdem mal nach der nächsten Möglichkeit hier raus zu kommen oh noch mehr Schild nebenbei einsammeln jetzt komme ich in diesen Bereich in den ich noch nicht kam von hier aus sehr schön glaube ich zumindest dann wäre hier hinten irgendwie noch das war das Blaue was jetzt nicht nur Blau ist und was haben wir hier so einen Ausgang ach doch hier war ich schon und hier wäre dann wohl wahrscheinlich auch die nächstgelegene Möglichkeit hinaus zu fliegen wenn ich nochmal irgendwie Orientierung finde ok ich gehe nochmal hier rein und dann hier raus ach weil man hier durch die Wand fliegt das ist total verwirrend hier geht es raus wir drehen uns mal kurz damit wir ein bisschen Orientierung haben kann ich hier nicht einen Marker setzen damit ich wenigstens auf die Tür nicht warten muss das wäre bestimmt sehr hilfreich so ähm dann 4 das ist dann der erste in diesem Secret bin ich ja mal gespannt ob ich so weit komme und dann den richtigen Weg auch finde ja das ist noch Zeuschblau ich sehe es ja aber wie kann man das ändern wieder durch irgendeine Wand fliegen wahrscheinlich da gucken wir mal kurz da hat nämlich zwei blaue Möglichkeiten ich könnte mir vorstellen dass da auch einfach nur Gegner drin sind ach ja das hier wie komme ich denn hier eigentlich hin da würde ich schon ganz gerne hinkommen vielleicht mal mit einer Guided angucken oder ja in dem Moment schön schön aber immerhin habe ich jetzt diese Räumlichkeiten auch durchsucht wo ist der letzte da ist er doch schön wird der 1 mit dem Hintergrund da kam sie raus jetzt sind sie weg jetzt habe ich ihnen gemacht den Gerauf das war eigentlich überhaupt nicht ist auch schön okay jetzt noch eine Etage tiefer und dann da noch rein vielleicht ja genau hier will ich rein aber wie komme ich denn da rein ich kann mir nur vorstellen es gibt ja keine andere Möglichkeit eigentlich mit der Guided mal gucken wahrscheinlich ist dann irgendwo ein Schalter ich habe nur 4 Guideds also da drinnen gäbe es wieder Aufrüstung hoffentlich ist es nicht hinter mir oh ist er schnell ja ich hatte recht ich hatte recht aber es ist ja nicht das erste mal dass sowas gemacht wird oh und noch mehr und auch Gegner aber nicht viel damit hat man trotzdem nicht gerechnet und eine Earthshaker gab es die nicht auch noch im 16. Level immerhin habe ich jetzt hier eine und ich kann noch ein bisschen konvertieren dann hat sich das allein was die Punkte angeht schon mal auf jeden Fall gelohnt das kann man soweit hier mal sagen und ich bin erst seit 22 Minuten hier drin ich komme hier gar nicht rein so eng ist das na gut kann man das irgendwie ne also eigentlich müsste er da reinkommen so klein wie das Schiff ist aber macht ja nichts da war nichts Spannendes mehr irgendwas blau noch über dem Energy Center halt aber das war der Ausgang nur das hier war der Eingang und da sind noch keine Gegner rausgekommen ansonsten ist alles nicht mehr blau nur beim Reaktor selbst aber wenn wir schon davon sprechen würde ich gerne mal nochmal zum Anfangen und dann muss dann irgendwann mal die Tür aufgehen hier oder fehlt mir noch ein Schalter oder ganz am Ende wenn ich den Reaktor gekillt habe dann geht das vielleicht auf als Spawner Ersatz okay wie ging es jetzt zum Reaktor ich glaube hier unten und dann durch diesen engen Gang genau puh das wird schwierig dann bis raus zu kommen also bis hier hin komme ich locker dann muss ich hier hoch und dann keine Ahnung muss ich erst mal unten bleiben oder ich gehe einfach ganz normal zum normalen Anfangen das scheint mir fast schon sinnvoller aber auf jeden Fall ging es dann hier hin puh das wird nicht so leicht in der kurzen Zeit am oben bleiben nee ich denke das ist gar nicht mal es sei denn der Gegner kommt halt heraus aber der eine Gegner sollte mich dann nicht stören ich fliege am besten hier hoch und normal raus das wäre dann hier und dann bin ich draußen ist doch gar nicht so nee da ist das Energy Center aber da ging es auch raus oder ja dann nehme ich doch diesen Weg zum Energy Center kann ich mich sogar noch vielleicht mal ein bisschen aufladen ist doch gar nicht so unklug also los jetzt ich will nicht mehr lang rummachen ist ja nur ein schwacher Reaktor der noch fehlt und weder kommen 1000 Gegner und 1000 Goodies die man noch mitnehmen könnte am Ende dann würde ich hier aber auch noch einen Marker setzen damit das Ding offen bleibt bitte offen bleiben dankeschön und boah wie weit ist der Weg ich hoffe mal dass über dem Reaktor doch noch fliege ich richtig irgendwie bin ich falsch dass der Reaktor doch noch über sich ein Exit hat jawohl ich kann hier einfach rausfliegen ja perfekt ist das einfach ich hätte mir so viel Stress gar nicht machen müssen ich kann da einfach rausfliegen hätte ich auch ahnen können wenn ich jetzt zurückfliege dann ist da bestimmt die Tür auf am Anfang naja egal hier ist wohl nichts mehr sonst weg hier perfekt und jetzt komme ich da nicht mehr rein nö secret level destroyed exit disabled sehr schön und jetzt kann ich auch grad das level 16 auch noch beenden dann sind wir komplett durch ist das nicht herrlich ähm wo war hier das Exit eigentlich wir werden es gleich mal ausprobieren einfach ich bin noch unverwundbar das könnten wir nutzen naja nicht mehr wirklich zwei Reaktors in einem Video gekillt und erstmal voll Schaden genommen ich folge dir du musst wissen wo es geht wo es hingeht ja erstmal voll gegen das Gitter fliegen da geht es bestimmt hin du bist so dumm oder ist jetzt alles zugegangen okay irgendwie ist das ein Rätsel wir kommen hier nicht mehr raus ich will nicht sterben eigentlich was soll denn das äh nö wie können wir das verhindern ach jetzt sind die auch schon da habe ich das jetzt schon verkackt oder wie es wird hier noch irgendwo einen Schalter geben nehme ich an wir kommen hier noch gar nicht raus guck mal mit der Guided hier draußen ob da auch irgendwas ist aber wenn es hier einen Schalter gäbe hätte ich den ja schon aktiviert ist ja logisch drehen da ist die Earthshaker gewesen du musst sterben nee das macht ja nichts aus ich kann mich selber killen was machen wir denn da erstmal killen wir den nochmal und gehen auch kurz mal in Deckung speichern nochmal damit wir nicht mehr immer so viel den killen müssen und dann ist er immer noch nicht tot nochmal in Deckung speichern aber jetzt ist er tot so oh Überraschung unsichtbar war sehr schön wo ist der Flash wo geht es lang da ist er sieht er mich nicht mehr er sieht mich jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich wo war denn das Exit ich war lange nicht mehr hier ich habe bei irgendeiner grünen Tür ganz offensichtlich aber welche auf jeden Fall muss ich hier noch geradeaus weiter habe ich die Earthshaker vergessen ist die jetzt offen nee die ist auch noch zu wie komme ich denn an die eigentlich ran naja das Exit ja wo ist es da ist es man sieht es ja schaffe ich das jetzt noch schade um die Earthshaker aber ich habe eine andere im Secret bekommen Secret Level so dann einfach nur noch hier hoch das schaffen wir doch oder rein da oh da ist jemand drinnen gewesen aber macht jetzt auch nichts mehr wir haben es nämlich geschafft ohne zu sterben wunderbar noch irgendwas Neues das wäre ja merkwürdig gewesen Level 17 wir kommen zum Ende wunderbar 17, 18, 19, 20 vier Level noch und einen Boss wahrscheinlich mit allergenden also bis zum nächsten Mal Tschöüs B Bis zum nächsten Mal.